Musik Süß oder sauer? So, Dike, Pomme Pinot. Herzlich Willkommen, meine Lieben. Was gefällt euch lieber? Süß oder sauer? Ich bin für süß und sauer. Ich liebe süß-sauer, Leute. Und das Schönste ist doch auch bei Menschen, egal ob Frauen oder Männer, wenn sie süß und sauer sind, gell? Und heute wird es nämlich süß-sauer Teil-Style mit krossigem Gemüse. Wird richtig lecker. Und das Krusty Krusty kommt hier. Tempura Puder. Das bekommt ihr auch bei jedem Asia Import Export. Ein bisschen schwarze geröstete Sesam. Und dann brauchen wir noch stilles Wasser. Und gleich geht es los. Erstmal etwas Öl in die heiße Fange oder den heißen Wok geben. Es geht los mit dem Braten der Gemüse. Ich fange an mit Paprika. Dann geben wir Karate dazu. Zwiebeln. Rein mit euch. Mit Leckergurken. Tomaten. Ananas. Riecht ihr das auch? Spätestens dann, wenn ihr das kocht, werdet ihr das duften. Ich liebe, wie gesagt, Ananas und gebratene Ananas und süß-sauer. Yummy in my tummy. Supergut-Fut. Sehr gut, Mami. Mach ich neue Hashtags bei Instagram. Mach ich Hashtags supergut-Fut. Und Hashtag-Garantie bei Mami. Mach ich, glaube ich. Wirklich. Wie gesagt, Mundschmeck-Augenschmeck kommt immer dazu. Mundschmeck-Augenschmeck habe ich auch als Hashtag bei Instagram. Ja? Ja, habe ich schon gemacht. Hat niemand. Bin die Erste. Ja. Jetzt geht es um die Soße. Guck mal, die einzelnen Gemüse sind jetzt ready. Jetzt kommt hier helle Sojasauce rein. Süß, aber scharf. Wie du, Mami. Ja, gibt's nix zu lachen. Guck mal, Leute. Unsere süß-sauer Gemüsepfanne ist fertig angebraten. Ich liebe das. Aber jetzt freue ich mich riesig, denn gleich wird es knuspy, crusty, crossy. I love it. Tempura-Puda. Deswegen gehen wir schnell in die Küche. Und dann werde ich nämlich ein paar Karotten, ein paar Paprika nehmen, um die zu frittieren. Oh, aber da zeige ich euch, wie ich den Teig mache, den Tempurateig. Guck mal, Leute, was ist das? Das kommt auch in süß-sauer rein. Gell? Kommt auch da rein. Ich glaube, das schmeckt lecker. Das nicht gehört zu uns. Wem gehört das? Lieber vom Nachbar auch. Aber trotzdem herzlich willkommen. Aber bei unten jeden Tag kommt dreimal täglich Futter, weil wir sind lokal. Hübsche, so hübsche, 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 so hübsche, hübsche. Hübsche, hübsche, ho, schläft, schläft, ho. Katze ist fertig geknuddelt. Jetzt geht's weiter mit dem Kochen. Und Gell ist noch nicht mal unsere Katze, Leute. Aber meine Mama, bestes Futter, Streichel-Einheit, verwöhnen hier, verhätscheln da. Und es ist noch nicht mal unsere eigene Katze. Sie hat gesagt, es ist da ein Hotel und unsere ist lokal. Ach, ja. Da ist das Temporatpuder. Jetzt mache ich erstmal hier zwei große Esslöffel rein. Ich weiß nicht, wie viel Gemüse ich habe. Vielleicht drei. Hoffentlich ist es nicht zu viel. Etwas stilles, kaltes Wasser hinzu. Aber nicht zu viel, damit es nicht zu flüssig wird, gell? Es muss eine richtige Konsistenz haben. Da kann ich noch ein bisschen Wasser rein geben. So. Ihr wisst doch, wir sind Sesamköpfe. Das letzte Mal habt ihr mir im Kommentar gelesen, da hat einer von euch, fand das total gut, dass wir beim letzten Mal gesagt haben, wir sind Sesamköpfe und können gleich in der Sesamstraße wohnen. Fandet ihr gut, gell? Ach so, aber wenn ihr allergisch seid, weil manche Leute sind allergisch gegen Sesam, gell? Müsst ihr nicht reinmachen, das ist nur extra Bonbon. Meine Mama hat gesagt, warum ich so groß war. So Warnung, Achtung, Achtung. Jetzt, Öl is ready. Und nun kommen meine Gemüse-Sticks heran. Und da werdet ihr gleich sehen, wie das richtig schön golden brown wird. Und das schmeckt so lecker, knusprig. Also für die Figurbewussten unter euch gerne auch ohne die frizzierten Gemüse-Sticks, gell? Aber manchmal muss man auch sündigen, finde ich. Und das ist eine leckere Sünde. Miss Süß-Sauer Nummer eins ist da! Svati Kha. Svati Kha. Svati Kha. Süß-Sauer. Und Mama und Mama. Süß-Sauer und Haifisch. Genau! danke schön danke schön das gericht hier habe ich das erste mal 2007 mit meiner mama gelernt also so richtig gelernt das war 2007 in shang mai vor lauter quatschen guck erst mal mama süß sauer drunter gemacht dann unser tempura gemüse sie kann machen was sie fantasy hat ach so ja ja wirklich wirklich mal schaube es war vermisst soße ja noch mal wasser hinein okay ja nicht vergessen okay hatte mami mami das sollst du nicht sagen mona hast bestellst du mami so ich fühle die schwebe aus dem kopf ich hab meine mami das muss ja bescheid sagen wenn weit nicht so weit mag Guck, bei meiner Mama wäre es natürlich Frühlingszwiebelbäumchen, gell? Wisst ihr noch? Aber ich habe das vorhin vergessen zu machen, deswegen gibt es ganz einfache Frühlingszwiebel geschnitten. Fertig. Fertig. Hauptsache es schmeckt. Hauptsache es schmeckt wie Morine. Ich liebe es. Mami auch. Mami auch. Schmeckt gar nicht. Au! Beidegern! Leute, weg mit meiner Mama. Nein, Mama Jus, es schmeckt sehr gut. Meine Mama und ich wünschen euch einen wunderbaren guten Appetit. Viel Spaß beim Kochen und wir senden euch ganz viel Liebe, ein großes Herz und dicke, schmatzende, laute Chub-Chub. Fertig. So dida. Bye-bye. Tschüss. Danke, danke, danke.